Hallihallo Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu RoboCraft. Ich hab mich fertig gebaut und ich bin wunderschön. Siehst du mich, was ich für ein wunderschönes Prinzesschen bin? Wunderschön bist du. Ja ne? Da sind die komischen zwei Dinger da oben drauf. Das sind Antennen. Fühler sind das so zu sagen. Guck mal hinten mein Popo. Der hat Hover hat der. Da kommen Püpse raus. So, wo geh ich denn jetzt drauf? Geh ich jetzt auf den Sniperhügel oder? Boah, ich weiß es gerade gar nicht. Sollen wir links rum fahren? Sag mal. Lass mal gucken wo der Medik hinfährt und fahren wir den Medik hinterher. Ja, das ist ne Idee. Der fährt links rum. Wir fahren auch links rum. Ne, der fährt berghoch. Ne, da ist noch ein Medik. Den fand ich irgendwie... Dann fahren wir den. Ja, den fand ich jetzt besonders sexy übrigens. Ja, vor allem mit seinem komischen Fesslerspulen da. Ja. Boah, der ist irgendwie nur halb fertig oder meine ich das nur? Ich glaube auch. Der sieht so ein bisschen aus wie, keine Ahnung. Wenn Oma den Braten mal ein bisschen zu lang drin lässt. Ja. Fahr mal hier hoch. Ja, ich fahr dir mal hinterher. Mach das mal. Was der für Schlucken drunter hat, ey. Es sind übrigens zwei Mediks. Die fahren sich gerade gegenseitig über den Haufen. Ja, wunderbar. So, mal gucken, was gegenüber auf dem Sniper-Ding drauf ist, wo es ist. Da stehen zwei mit ner Wellgun. Ich hab das gesehen. Ich glaub der eine hat keine mehr. Ja. Du bist mir ein bisschen im Weg gerade. Du bist mir ein bisschen im Weg gerade, sagte er. Was macht er? Ja. Stellt sich noch beschissen einen Weg. Ich geh mal, äh, auf Tauchstation. Ich muss mal weg. So, der eine Bomber ist übrigens gerade mal runter gesegelt. Ja, und ich bin nur noch, äh, gerade ausfahren. Ich hab nur noch auf der einen Seite meinen Antrieb. Ist doch auch schick. Ja. Plasma-Drone spotten. Ich fahr mal den Berg runter. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Erstaunlich gut. Ja. Das Ding klebt echt am Berg wie, äh, keine Ahnung, was. Wie so ne Bär-Echtziele. Da hab ich keine Ahnung. Barriere. Ich bin hinter dir. Jut. Warum hauen die ab? Weil wir denen Schaden machen. Macht vermutlich sogar Sinn. Oh, shit. Obendrauf an Sniper. Jaaah. Und, wat für der hässliche Mistgeburt das ist. Hol dir den. Der hält nichts aus. Kann doch nicht Steuern. Doch nur hier. nur noch einen Rest meiner selbst. Also ich war definitiv mal besser. Ja genau den hässlichen Bastard da oben meine ich. Ja, den haben wir auch mehr. Das mache ich doch mal das Spectator-Camp bei dir. Macht bestimmt voll Spaß. Oh ja! Eine Waffe hat er noch. Und übrigens sind das natürlich T7er die du oben drauf hast. Ja jetzt, ja. Genauso wie der andere. Der hatte auch T7er drauf. Ich habe auch noch ein bisschen gebastelt. Ich habe die T8er weggeschmissen. Ich habe nicht mal T7er. Den muss ich mir erst mal kaufen. Das erklärt natürlich auch warum ich so wenig ausrichte jetzt bei denen. Ha! Genatzt. Los, hol dir! Wirg ihn, Willi! Was ne feige Sau wieder, weißt du? Ich meine, würde ich auch machen tatsächlich, aber... Ja. Lol. Nein. Oh, das ist... Wir haben gewonnen. Ja, Bombe? Was ein Träumchen. Was habe ich denn gekriegt, ich sag mal. Kein Sternchen, das ist natürlich immer besonders toll. Trollstück und 7500. Aber ein Hero Bonus. Ja, das hatte ich die Befürchtung oder die Vermutung, dass man den bekommt, wenn man stirbt und das Team gewinnt. Aber irgendwie hatte sich das ja vorhin relativiert. Ja, vielleicht muss eine bestimmte Anzahl an Blöcken zerstören oder irgendwie sowas, damit das wirklich relevant ist oder ich weiß es nicht. Ich kann mir auf jeden Fall immer noch nichts leisten, glaube ich. Guck mal ganz kurz eben in Tectree. Wo ist denn mein Tectree? Okay, 51 Sternchen, ich habe 32, da können wir direkt die nächste Runde starten, würde ich sagen. Ich habe gerade nochmal ein bisschen nachgelegt an Rüstung. Alles klar. Aber ich hätte jetzt auch noch fast 100 Flops frei, die ich irgendwie in Rüstung investieren könnte, aber irgendwie... Ja, ich habe 140 frei, aber... Dann drüber hinaus. Ich habe außen nochmal von den einfachen Tief. Oh, 135 Prozent, na, das lohnt sich doch mal, wa? 35 bekommst du. Ja, 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 ist ja richtig. Ja, 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 Mäuschen, ich habe es ja verstanden. Rechts? Äh, ja, da stehe ich ja gerade schon. Mit dem Dett für den Knödel, der da rumschwebt. Ein Pro. Juh, dann, äh, lass uns mal rechts langfahren. Oh, ich komme. Das ist mein Hubschrauber. Bis jetzt seh ich noch nix. Ja klar, ich werd gespottet weißt du. Ja dafür fang ich die ganzen Ladungen hier ab. Ja gut, besser du als ich. Okay, jetzt hau ich ab. Jetzt kam nämlich noch ein bisschen mehr um die Ecke. Da waren auf einmal viele Freunde. Haben wir irgendwo nen Heiler hier? Ähm, nö. Ja, ich werd es gleich sowieso drauf geben, weil... Ich bin eigentlich auch nur noch ein Schatten meiner selbst. Ich brauch definitiv dickere Waffen. Wie sieht's aus? Wir haben schon einen Gegner getötet. Bei dir? Ist natürlich auch schon ein Highlight. Ich fahr dir mal hinterher, ne. Weil du siehst mir irgendwie so aus als wärst du... Noch fast heile? Ja, du bist auf jeden Fall noch gut dabei. Mir fehlt ne Wumme. Aber ich glaub ansonsten bin ich noch vollständig. Oh ja, ich kann schon wieder sogar lenken. Ja klar, und sobald du noch im Festland bist, jetzt mit dem Panzer... Krrkwitsch! Oh, ich bin ein Level aufgestiegen. Glückwunsch! Einfach mal reinhalten. Da hinten, ganz weit hinten. Sniper. Ja, den wollte ich gerade mal ausweichen. Hm, hab ich mir das gerade auch so gedacht. Wäre auch besser gewesen, wenn ich das rechtzeitig gemacht hätte. So, der Sniper da hinten ist auf jeden Fall schon fast Fratze. Ja, aber der andere mit 19% noch nicht. Weißt du den mit 81? Ja. Läuft gut gerade. Nice. Und rein in die Bude, oder? Rail hover spotten. Rail hover spotten. Das Problem ist, der dürfte jetzt wieder aufgeladen sein. Ja. Ist egal, der ist jetzt kaputt. Alles klar, da drüben sind noch zwei Havas. Die werden dann wahrscheinlich gleich ankommen, wenn wir hier auf der Plattform stehen. Und dann stell dich schon mal hin. Aber da sind noch sehr viele von uns. Das heißt, die werden wahrscheinlich nicht durchkommen. Wir haben den 4-mal getötet. Ja, ich 0-mal. Mir gefällt mein Haus da ganz gut. Komm zu dir. Ja, nur blockier mich nicht. Ich will da hinten weg, wenn der einer um die Ecke kommt. Ja, ich stell mich mal vor dich. Ja, ich stell mich mal vor dich. Kann der 0% haben, der David 9? Ja, glaub ich geh mal gucken. Bleib da? Kleiner Feigling. Ja, wo ist er denn? Ach, bist du den gefunden hast, ne? Ach, ist nur noch einer! Pff, schaffe ich doch Dicke hier! Ja. Ich fahr mal ein bisschen im Kreis rum. Wir sind gleich so ein Sniper. Pum, tot! Nein! Ja, ist nur noch einer, der war ja hier irgendwo. Ah, da ist er. Boah, ist er schon... Vor allem der Typ mit dem 1% stürzt sich erst mal drauf. Gironimo! Oh! Ah, sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, 11 Level 6 Sternchen bekommen, das ist ja schon mal was. Damit kann ich mir fast was leisten. Soll wir direkt noch eine Runde hinterher hauen? Sag mal. Machen wir das noch mal eben schnell. Ich starte schon mal die Runde. Oh, hoppala. Das ging jetzt aber schnell. Noch Deckpunkt. Wo landen wir denn diesmal? Ach, hier ist ja schön. Jo, dann lass ich nochmal links rum fahren. Ja, würde ich auch sagen. Bei Heiler? Werner mit? Ich hoffe. Boah, Alter. Also ich hab 5 Räder drunter, das ist auf jeden Fall ziemlich stabil. 5? Mhm. Auch schon stabil. Aber das ist eigentlich dein 5. ist eigentlich zu viel, weil du kannst nicht auf der Stelle drehen, oder? Doch. Kann ich. Mach ich mal. Nein. Ja. Aber so gut wie. Weil der 5. immer geradeaus fährt und ansonsten kannst du hier... Ja, ich mag die Steuerung aber so tatsächlich ein bisschen lieber. Also das andere ist mir halt einfach zu krass. Ja, super. Oh. Da geht schon los. Da ist der erste schon wieder bei Jordan. Ähm. Über uns, neben uns ist irgendwas, sagt man Radar. Kommen wir zurück. Ja, ich wollte jetzt gerade mal ein Stückchen weiter und gucken ob da noch... Da kommt nämlich was. Plasma Tank. Super. Bin ich jetzt alleine? Ja, super. Ja, ich bin wieder zurückgegangen. Das ist toll. Dafür hab ich einen getötet. Oh, hier ist noch ein kleiner 20% Lümmel. Well done, you reached level 40. Oh, well done. Ich hab nämlich jetzt auch gerade einen weggebraten und zwar den Plasma Tank. Der war nämlich so geil ausgerüstet. Bei dem wurde halt Agilität klein geschrieben. Nein, jetzt hat der mich weggerammt. Ah, super. Und ich war natürlich noch voll... Das ist ja ein kleines Arschloch. Der hat einfach mal so ein 3er Ram-Ding dran und ist einfach nur zum Beschleunigen da. One-Hit. Na egal. Dann würde ich sagen, machen wir mal ganz kurz wieder einen Cut. Ich dann grüßte schon und bis zum nächsten Mal bei diesem schönen Gemäste. Und tschüss.